Hättest du nicht gleich locker bleiben können? Halt deine scheiß Fresse. Was willst du? Ich liebe sie. Ich nehme auf jeden Fall Konzerne, weil ich Meredith bumsen will. Aber ja, die Stimmlager. Ich bin weh. Ich bin weh. Nein. Digga, es können deutsche Nationalspieler sein von fucking 1990 oder so. Ich will auch was trinken. Digga, was geht denn da draußen ab? Ist ja voll nice. Holy shit. Wenn das rauskommt, wird man uns in Stücke reißen. Das wird aber keiner rausfinden. Und die paar, die was wissen? Wir kümmern uns um sie. Äh, jo. Ich darf jetzt fliegen? Oh, ich darf nicht fliegen. Ja, stimmt. Als ob Jenkins selber am Fliegen ist. Er wird hingeflogen. Oh, Drink nehmen. Aber sowas von. Oh, schön noch hier. Ach, nice. Trinken. Jo, mal mit der Ruhe. Cool. Oh, ey. Okay. Blum, 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 blum. Nichts ist gratis. Oh, was für ein süßes kleines Gesichtchen. Es geht schon los. Denn bei Militech haben wir... Denn bei Militech haben wir nichts drauf. Außer natürlich hirntote Chromtrottel zu züchten. Und jetzt. Station 1, du Made. Los. Cool. Oh, ähm. Komm, schlafen gehen duschen wäre doch eigentlich echt nice, oder? Na toll. Wir haben mit Anziehsachen geduscht. Super. Hilfe! Was wollte ich gar nicht tun? Toll, jetzt bin ich ein Scheißtheorist. Und da rennen ganz schnell weg. Was werden wir? Vielleicht auch nicht. Ja, ich kann Gefahr riechen. Das weißt du. Und ich sag dir, halt diese Konzerne auf Distanz. Okay. Ich hasse diese scheiß Stanz. Ist sie grad weggerannt, nur weil ich sie aus Versehen angerempelt hab? Ich kann doch nichts dafür. Ja. Ich arbeite nicht, Jetschen. Ich will ein Stück wie ich für einen scharfen Kerl wie dich tun. Ringelpiz mit anfassen oder was Versautes? Wachs? Elektrosex? Seppies? Powerimplantate? Hm. Ich will dich doch. Ich will dich und deine Freundin mit Stöckeschuhen, Augen binden und klebe. Hm. Kein Problem. Kaufst du oder willst du mieten? Wir sind in der Lounge, Matteo. Wenn jemand fragt, wir sind nicht da. Wir sind nicht da, Matteo. Wir werden jetzt Spaß haben. Da-jum. Alles ist in Ordnung, echt. Sag mir doch einfach die Wahrheit. Hab ich gerade. Oh, what the fuck? Was auf dem Tisch? Nice hologram. Guck mal, die Nippel sind gecovered. Das ist alles okay. 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 Was zieht das? What the fuck? Hab ihre Angst gesperrt. What the fuck? Gibt's ein Problem? Sieht nice aus. Oh. Ei, ei, ei. Karamba. Beautiful. Oh. Siehst du, wie ich kalt berühre, Simon? Five minutes later. Ah! Was ist hier los? Den geht's noch gut, den geht's noch gut. Perfekt. Ich werde Taki-san über ihr Eintreffen informieren. Mach das. Shit, das war nicht Teil des Plans. Red mit ihr, V. Okay, mach's nicht. Hab ich sie gebeten, das zu tun? Ähm, nein. Ich dachte nur, weil... Und wer hat ihnen erlaubt zu denken? Wie bitte? Ich ganz sicher nicht. Also, wer sonst, hm? Passt auf. Was haben eine Nomadin und eine Seku gemeinsam? Sand in der Muschi. Alter. Und wir haben uns nicht gesehen! Ja, das habe ich auch... ...verfickte Scheiße! Oh, verfickte Scheiße! Oh, verfickte Scheiße! Fuck. Ha, Mann. Fuck. Fuck, Mann. Jackie soll nicht sterben. Die medizinischen Sensoren melden, dass Mr. Wells' Zustand kritisch ist. Ha, ha, der Biochip. Nimm du ihn für mich. Was zum Fick, Mann? Das war ja klar. Zu riskant, wie. Weißt du noch, unser erstes Gespräch? Doch. Das, was soll das? Ich will lieber das ruhige Leben. Ruhm reicht aufgehen, können andere. Hey, Mann, sind wir jetzt mit, äh, Jackie zusammen tot. Yay. Nice. Das war schon Cyberpunk. Was durchgespielt, ja? Ich werde es nicht mehr hören. Ich bin hier. Ich würde es nicht mehr verstehen. Ich weiß, es wird es nicht mehr auszudrjäht. Und jetzt ist es ein bisschen, was du da für mich? Ich weiß, wie du vorst. Ich weiß, was du da musst, ich weiß, was du da gesagt hast, aber ich bin hier. Eeeh-eh-eh-eh.